Ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Touristiktalk, der einzigen Hintergrundsendung für alle, die sich was mit Reisen zum Lebensinhalt gemacht haben oder für die, die sich für alles interessieren, was mit Reisen zu tun hat und Bescheid wissen wollen. Mein zugeschalteter Gast heute ist Marc Fest, gefragter Kommunikationstrainer aus Miami, der mit seinem Elevator Speech Training auch Manager deutscher Konzerne betreut und mal die Außenansicht wagt, wie die Tourismusbranche gerade auf die Corona-Krise reagiert. Stellen Sie sich eine Fahrt in einem Lift vor. Die muss ja gar nicht spektakulär sein, aber Sie haben nur diese begrenzten Sekunden Zeit, um den Menschen, mit dem Sie in der Kabine stehen, von Ihrem Thema zu überzeugen. Das ist der Hintergrund von Elevator Speech Training. CEO Marc Fest, ein Deutscher, der seit Mitte der 90er als Kommunikationsexperte in den USA lebt, hilft Menschen dabei, gerade in Krisensituationen, die richtigen Worte für das richtige Gefühl zu finden. Der langjährige Vice President der Knight Foundation unterstützt gemeinnützige Stiftungen, aber auch die Big Brands wie den deutschen Axel Springer Verlag. Ich habe ihn gebeten, sich einmal als völlig Branchenfremde aus der Entfernung anzuschauen, wie vor allem die deutsche Reiseindustrie mit ihrer schlimmsten Herausforderung der Corona-Krise PR-mäßig umgeht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob wir nur eine kommunikative Fahrstuhlfahrt erleben werden oder eine Achterbahn der Lobbyarbeit mit ziemlich vielen Loopings. Und deshalb freue ich mich, Marc fest von Elevator Speech Training vor der Skype-Kamera begrüßen zu dürfen. Hallo nach Miami Beach. Ein Hallo nach Berlin. Marc, zur jetzigen Zeit wäre normalerweise South Beach voll mit Touristen. Es ist Hochsaison, der Strand wäre voll, der Ocean Drive wäre voll, das wunderbare Art-Decor-Viertel wäre voller Menschen. Wie ist es denn jetzt da bei euch? Ja, Jürgen, das ist schon gespenstisch. Also viele Lesen sind zu, sind kaum Menschen auf der Straße, die Restaurants sind leer, ebenso die Hotels. Und Miami Beach lebt ja eigentlich komplett vom Tourismus, viele Low-Pay-Jobs. Da ist schon sehr viel persönliches Leid hier in Miami Beach momentan, gerade in den Leuten in der Serviceindustrie, von denen auch viele in Miami Beach selber leben. Wie ist es eigentlich so generell? Wie ist die Kommunikation der Reisebranche? Ist das aus nach dem Motto, ihr müsst uns helfen, helfen, helfen? Oder ist es doch eher so der American Way of Life? Das heißt, man versucht sofort aus dem Schlechten das Gute zu machen, vernetzt sich, macht irgendwelche Ideen. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, du weißt ja, hier in den USA ist die Gesellschaft derzeit extrem gespalten politisch. Und das hat auch Auswirkungen auf die Kommunikation in so einer medizinischen Pandemie. Die Republikaner denken da einfach ganz anders als die Demokraten. Und diese Unterschiede werden wirklich massiv ausgetragen. Und ich bekomme ja auch mit, es ist jetzt auch in Deutschland sogar zunehmend diese grundsätzlichen Protestbewegungen gibt. In Amerika wird ja die Eigenverantwortlichkeit sehr hoch gehalten. Und ich sehe zum Beispiel, dass viele Gastronomen sehr kreativ kommunizieren über ihre Kontakte, Social Media, so eine Art Community aufbauen, den Lieferservice ausweiten. Also versuchen wirklich das Beste irgendwie draus zu machen. Aber es bleibt natürlich ein totales Drama. Wer hier seinen Job verliert, hat kaum Sicherheitsnetze. Und die Armen haben auch viel schlechteren medizinischen Zugang. Ich könnte mir auch vorstellen, dass angesichts dieser ganzen pandemischen Fallzahlen die Reiseindustrie, die ja eher so als so eine Feel-Good-Industrie gesehen wird, auch wenig Gehör hat in Washington. Aber zum Beispiel jetzt gerade die Kreuzfahrtindustrie. Du sitzt in South Beach, das ist einer der wichtigsten Kreuzfahrthäfen überhaupt weltweit. Und wenn ich bei euch bin, ist es immer so wunderbar, abends sitzt man am South Point und sitzt jeden Tag, kommen die Kreuzfahrtschiffe vorbei. Die sind ja auch komplett auf Null heruntergefahren. Gibt es da von Seiten der Reedereien jetzt schon Kommunikationskonzepte nach dem Motto, wir haben ja unsere eigene Insel in der Karibik, machen wir das jetzt in Zukunft? Ja, ich glaube, das wäre kommunikativ jetzt total fatal, jetzt wieder Urlaubsträume an Bord in den Mittelpunkt zu stellen. Wichtig ist gerade vor allem, glaube ich mal, Investoren zu beruhigen. Also keine Panik, realistische, tendenziell leicht optimistische Einschätzung, soweit die Börsenregeln das zulassen. Und das klappt wohl nicht schlecht. Man hört es gerade institutionelle Anleger, die die Schnäppchenpreise in der Kreuzfahrt nutzen, aktienmäßig einzusteigen. Aber jetzt kommunikativ mit dem Limbo und dem Cocktail bei Sonnenuntergang an der Rehling zu kommen, würde total nach hinten losgehen und würde nur zurückspielen, wie naiv man doch ist als Kommunikations- oder Reiseexperte. Ja, das ist genau das, was bei uns auch gerade diskutiert wird in Deutschland. Wie kann eine PR überhaupt aussehen, angesichts so einer monströsen Situation, wie wir sie gerade haben? Hast du da irgendwelche Tipps oder was kann man jetzt verkehrt machen gerade? Ja, also das würde jetzt irgendwie zu weit führen, hier zu hinterfragen, ob jeder PR-Text über das schnickig, schnackig Sonnenalm-Hotel gerade sinnvoll ist. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass man Urlaubsfreude wach hält. Das sagt mir schon der gesunde Menschenverstand. Deswegen gibt es ja auch weiter Reiseberichte. Aber im Sinne von Elevator-Speech-Training würde ich jetzt nicht die Kernaussage nutzen, bei uns ist es schön, sondern eher etwas wie, wir kümmern uns liebevoll um sie. Also was entwickelt man gerade, um den Gästen, wenn sie denn kommen, eine gute Zeit anzubieten? Noch kann sich ja noch keiner so richtig vorstellen, wie das mit dem Reisen letztendlich aussehen wird. Mit Maske oder Beschränkungen, mit Abstand. Also muss ich jetzt positive Ideen kommunizieren, dass meine Gäste ein schönes Erlebnis haben werden. Das gilt ja auch für die Reisebüros, die ja ganz besonders schwer getroffen sind. Es gibt keine Einnahmen, weil keiner bucht zur Zeit. Reisen und ganz verhalten fängt es gerade wieder an. Man muss teilweise Provisionen zurückzahlen. Wie würde die Kommunikation am besten mit dem Reisebüro zum Beispiel aussehen? Ja, ich habe dieses Konfliktpotenzial natürlich auch hier aus der Ferne mitbekommen. Aus meiner Sicht war es ein Grundfehler seitens der Industrie, vor allem am Anfang, das als alternativlose bürgerliche Pflicht zu kommunizieren. Ihr müsst einen Gutschein akzeptieren, sonst treibt ihr uns in die Pleite. Auch wenn das stimmt, reiht sich damit ja doch den Widerstand. In so einer Krise ist jeder sich selbst erstmal der Nächste, zumindest vom ersten Instinkt her. Und man hätte wahrscheinlich empathischer kommunizieren müssen. Nach dem Motto, ja, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, aber wir brauchen eure Hilfe und dafür möchten wir euch auch etwas schenken. Einfach so rigoroses Abwälzen von Risiko auf den kleinen Mann, auf die kleine Frau, das wirkt irgendwie uncool. Da hat man schon gemerkt, dass einige Manager sehr weit entfernt sind von der Lebenswirklichkeit ihrer Kunden. Man hätte sofort mit sehr attraktiven Rabatten oder Extraleistungen locken müssen, wenn der Kunde denn einen Gutschein akzeptiert. Da hat man wohl zu sehr auf die Regelung von oben gesetzt. Nun ist es ja so, europarechtlich ist dieser Gutschein, der Pflichtgutschein vom Tisch, also da braucht man nicht mehr darüber zu reden. Und die Reiseindustrie hat auch mittlerweile gemerkt, dass sie eben besondere Zückerchen anbieten muss, damit die Menschen das Geld nicht zurückfordern. Nun ist es ja so, dass die Grummelei trotzdem anfängt wieder. Da sagt man, naja, die Politik hat uns als Reiseindustrie wieder im Stich gelassen. Die in Berlin, die verstehen nicht unsere Nöten und sobald die Automobilindustrie irgendwas hat, stehen sie alle Gewehr bei Fuß und wir haben keinen Fuß in der Tür. Naja, die deutsche Touristik ist jetzt nicht gerade mein Fachgebiet, aber was ich so gelesen habe und mitbekommen habe von hier aus, selber schuld bei diesem dissonanten Chor. Da will jeder seine Deutungshoheit haben und jeder macht sein eigenes Ding. Und wenn dann noch zwei Verbände komplett unterschiedliche Auffassungen haben zum Thema Gutschein zum Beispiel, dann macht ein Politiker erstmal zu. Der denkt sich, werdet euch erstmal selber einig, was ihr wollt. Und so darf das nicht laufen. Nun haben die Reisebüros zumindest, das für die Reisebüros schon ein Riesenschritt ist, weil sie ja normalerweise immer ganz stille und freundliche Gastgeber sind, haben sie sich jetzt wirklich zu Demonstrationen zusammengerufen. Es waren große Kundgebungen überall in Deutschland. Ist das jetzt richtig gewesen, was die gemacht haben? Oder von dem, was du so gesehen hast in den Medien, ist es vielleicht doch ein bisschen naiv gewesen, wie sie auf der Straße waren? Also manchmal war es schon ganz gut, aber auch da habe ich als Kommunikator meine Probleme, wie man sich präsentiert hat. Nämlich vor allem in der Opferrolle. Helft uns, Pleiten drohen, Arbeitslosigkeit droht. Das stimmt natürlich alles, aber man trifft auch auf Menschen auf der Straße, die genau dieselben Sorgen haben, aus ganz anderen Bereichen der Gesellschaft. Die sind auch von der Arbeitslosigkeit bedroht. Und wenn man dann nur an sich selbst denkt, wenn man dann nur daran denkt, Bilder an die Politik zu senden, dann ist das aktionistischer Kinderkram. Davon lässt sich kein Politiker beeindrucken. Infrastruktur, Streik, ja. Reisebüro, Demo, vielleicht dann doch, nein. Reisebüros hätten die Chance intensiver nutzen sollen auf der Straße, ihre Rolle als Kümmerer herauszustellen. Kommt zu uns, weil wir auch in der Krise sind, weil wir trotzdem auch für euch da sind in dieser Krise. Und weil wir wollen, dass ihr einen guten Urlaub bekommt. Habt Vertrauen zu uns. Und ja, helft uns jetzt auch in dieser schwierigen Phase und fordert euer Geld vielleicht nicht zurück. Wir brauchen uns gegenseitig. Ich glaube, mit so einer emotional zugewandten Strategie zum potenziellen Kunden würden die Proteste mehr bewegen. Im Grunde genommen nicht mehr immer nur ich, 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 sondern mehr wir, wir, wir. Nun gab es ja auch politisch einige Kollateralschäden, muss man sozusagen, das Abriegeln von Bundesländern, wo man innerhalb von Deutschland nicht mehr reisen durfte. Da gab es nun ganz viel böses Blut. Ja, ja, und das ist leider, leider ein Grundübel in der Politik zu glauben, man, man müsse stärker kommunizieren. Gerade wenn die Faktenlage so dünn ist, dann, dann muss man Verbote ganz genau erklären. Als Politiker darf ich kein Feindbild der Fremden aus einem anderen Bundesland aufbauen. Aber ich kann um, um Verständnis werben, immer wieder erklären, dass man so gerne Gastgeber wäre. Auch in, auch in diesen schwierigen Zeiten. Aber eben die idyllischen kleinen Orte sehr schnell überfordert wären, wenn sich dort ein Virus ausbreitet. Und dass wir eben alle mithelfen sollen, diese Gegenden zu schützen. Da hätte man als Narrativ ganz konsequent auf Position einsetzen müssen. Das machen natürlich wenige Politiker. Ja, wie gesagt, die meisten Politiker wollen natürlich auch nicht zugeben, dass in ihrem Bundesland irgendwas nicht perfekt läuft. Und da sind natürlich dann die starken Mann-Posen immer das Einfachste. Wenn du jetzt einem Veranstalter-Manager einen Tipp geben müsstest, also der würde jetzt bei dir so eine Elevator-Speech-Training-Stunde haben, wie er seine Kernbotschaft am besten unters Volk bringt. Was würdest du denen denn raten? Naja, das muss natürlich ein Geschäftsgeheimnis bleiben. Aber ganz ernst gesagt, das wäre jetzt sowieso sehr schwierig hier zu sagen, weil die Voraussetzungen ja so unterschiedlich sind. Also ein Studienreiseveranstalter kann sich ja jetzt viel besser eine positive Vision vermitteln als der Veranstalter von Partyreisen. Kern bei beiden muss sein, dass man sich der großen Verantwortung bewusst ist. Für die Gäste und auch nur das anbieten will, was man bedenkenlos auch selbst mit der Familie machen würde. An den beiden Reiseformen sieht man dann auch schon, wie die Aussage sehr unterschiedlich sein muss. Für Harmlosen darf man gerade gar nichts, vor allem wenn es jenseits der Landesgrenzen geht. Offenes Kommunizieren ist wichtig und Risiken benennen. Zeigen, dass man sehr aktiv an Lösungen arbeitet. Marc, ganz herzlichen Dank für heute für das Gespräch. Uns bleibt natürlich wieder nur das Prinzip Hoffnung, dass möglichst bald irgendwie ein Impfstoff oder ein Medikament gefunden wird, damit die Welt wieder ein bisschen so wird, wie wir sie kennen und lieben. Danke nach Miami. Danke auch Ihnen, dass Sie mit dabei waren beim Touristiktalk Ihres Was mit Reisen TV Magazins. Nach wie vor die Adresse für Menschen, für die Urlaub mehr ist als einfach nur Ferien zu haben. Machen Sie es gut und bis hoffentlich sehr bald wieder hier an dieser Stelle. Danke. 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 Danke.